Jo, lass es dir schmecken, auf jeden Fall, wenn es soweit ist. Okay, die andere Seite ist offen. Hi. Schon wieder? Feiern die hier alle Texas Chainsaw Massaker gerade, oder was? Scheint wohl so der Fall zu sein. Ist hier eigentlich noch ein Gen, ja. Wenn er kommen sollte, dann ist es gut zu wissen, ob er von links oder von rechts kommt. Runterspringen können wir nicht, haben können wir jetzt Landing. Jo, bitte, bitte. Er bräuchte jetzt zum Skirt Shock. Ich wusste es, 100%. Boah, ich dachte gerade, er kommt jetzt hierher. Aber wenn der Gen weg ist, ist er auch schon mal gut. Jo, mach's gut, tschüssi. Wir müssen hierhin schon sein. Oh, hey, hey, hey. Er tonelt dich raus. Benutzt doch Paletten, mein Freund. Hier stehen noch 1000. Benutzt sie. Einfach alle. Okay, er kämpft ihn ab. Terroratisch erinnert sich nicht. Guck mal, es ist ein Gen fertig. Und er kämpft jetzt schon ab. Sind aber in letzter Zeit echt sauer, die Killer. Also ja, sie sind zu schwach. Aber man soll nicht übertreiben. Oh, Vito kam runter. Oh, jetzt wird Vito gejagt, wollen wir wetten. Ich geh mal runter. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Wir müssen Maus 1 abkriegen. Schafft er nicht? Oh. Tja, mein Freund, du hast dich angeboten. Es tut mir nicht leid. Also Vito wird zu 100% sterben. Das ist schon mal blöde, aber... Ah, es ist vorläufig. Ich schmeiß jetzt endlich mal die Paletten, Alter. Ist er da hinten schon fertig? Oh, der ist ja schon fertig. Wieso ist der fertig? Ach, denn. Weißt du was, Adam? Dann stirb, Alter. Sehen uns in der Hölle wieder. Er holt sich, Adam. Nicht. Er will mich. Er ist so dumm. Er ist so dumm. Er ist so dumm. Ja, der ist so ein kleiner Schisser. So, da wurde die Palette zerstellt. Jetzt müssen wir gucken, ob er hier nicht gleich runterspringt. Nee. Adam hat er vielleicht? Ich geh mal Vito suchen. Jo, Adam ist derjenige, der stempelt. Das Gute ist, er bringt einen Terrorradius mit sich. Wir müssen dann da hin. Ciao, Adam. Ciao, Adam.